Nun, weiter geht's. Hier bei Vela's Avius und wir wollen hier rein hier ins Gewimmel und gucken mal, was uns hier erwartet. Ich denke aber mal lieber, dass ich im Schleichmodus vielleicht besser bin, ne? Das denke ich mal so. Achbampen kann ich gar nicht herstellen, Mensch. Das ist sowas Blöds aber auch, ne? So, okay. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes entdecken. Und vor allem, wo mich das hier alles hinführt noch, ne? Das möchte ich gerne mal wissen. Wo mich das hier hinführt. Also hier ist nichts im Ecke, okay. Scheiße, oder? So, die Tür haben wir jetzt halt nicht aufgemacht. Ist ja egal. Man kann das auch so lösen, ne? So, okay. Ob hier mal das. Hm. Oh, oh. Wo sind sie denn? Hm, man sieht's nicht, ne? Mist. Oh, da ist er ja. Da ist er ja, okay. Jetzt geht er da lang, okay. Dann da lang, okay. Und wo kommt er dann raus am dümmsten, ne? Wo kommt er denn raus? Man weiß es nicht. Ach. Wo ist er denn hin? Derjenige. Wieder weg, ne? Verdammt, oder? Hm. Oh, 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 oh. Scheiße, ich hast dir gar nicht gesehen jetzt hier, ey. Du bist erledigt, du Dreckstück. Scheiße. Komm, Mann, 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 weg von mir. Scheiße, oder? Was ist jetzt mal ein Pfeil wieder hingeflattert hier? Da war doch noch einer jetzt hier von dieser Sorte. Hier ist der Pfeil. Aber warum kann ich denn denn mal aufheben? Das finde ich ja auch echt blöd. Eine Scheiß. Das finde ich ja echt blöd. Die erste Wack haben jetzt gesehen hier, muss ich mal sagen, ne? Da ist er. Irgendwo. Ah, hier hinten ist er. Da ist er, 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 na komm. Gott, man sieht es aber, es ist dunkel hier, oder? Dunkel, dunkel, gut bummeln. Ich werde dich erledigen. Echt? Komm rein, mach was, mach was. Jawohl, ich stehe zu. Oh, geil. Ach, mieses Arschloch. So, jetzt müssen wir mal weitergehen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob, äh... Ich will jetzt hier noch rumlümmeln. Man sieht es aber auch gar nicht, ne? Das muss ich ehrlich mal sagen. Man sieht es nicht so richtig. Schade. Na, was soll's. Da muss ich wohl durch hier los. Okay. Ich denke aber schon, dass wir hier richtig sind. Geil. Leben aufgefrischt. So, wo lang jetzt hier? Ach, durch die Tür, oder was? Oh, durch die Tür. Okay. Schieb, 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 schieb. Na komm, Ellie. Oh nein. Da schon wieder. Oh, scheiße, oder? Mistverdämmend, oder? Oh. Wie fühlst du dich? Sehr gut, fiel ich mich in der Gitterung. Super. Hier. Frischfleisch, ne, ne, ess ich nicht. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. Für ein vorschnelles Urteil. Hm, Moment, Telefon. Ich hab mal bedenkt, dass ihr auftretet.